Hey Leute, da sind wir wieder. In unserem heutigen Video möchten wir euch kurz unsere Dampfer-Hardware vorstellen. Ganz so lange sind wir auch selber noch nicht Dampfer, aber ich muss sagen, die Zeit hat gereicht, um sich auszubauen. Dazu stellen wir euch jetzt unsere Geräte einmal kurz vor. Beginnen werde ich mit der Carbox Mini, wo ich sagen muss, es ist wirklich ein Einsteigergerät, aber für den Tröpfler hier oben ist der Twisted Messes. Reicht es vollkommen aus. Das praktische an einem Tröpfler ist, beim Liquid selber mischen, hat man ganz schnell die Möglichkeit, das Liquid zu probieren und bei Bedarf die Dosierung zu ändern, falls der Geschmack nicht so ist, wie man den haben möchte. Zum Mischen haben wir euch auch schon ein Video gemacht. Dazu werde ich den Link gleich in die Beschreibung mit einfügen. Das dürft ihr euch auch gerne nochmal ansehen. So, dann mache ich noch weiter mit auch mit einem Anfängerstück. Und zwar die Ewig VTC Mini mit den Subtank Mini. Das war eine unserer ersten E-Zigaretten. Die nehme ich jetzt immer mit zur Arbeit. Sie geht bis 75 Watt hoch. Und dann kommen wir zu einem kleinen, ich nenne es immer Spielzeug, weil es so eine kleine Spielerei hat. Das ist die Smog X-Cube Mini mit dem Lemo 2 drauf. Spielzeug saue ich deshalb, weil die LED-Leiste schon so eine kleine, verführerische Spielerei ist. Ich muss ehrlich sagen, handlich perfekt. Falls man mal kurz weg geht, einfach immer dabei. Perfekt für die Hosentasche, Jackentasche, alles mögliche. Optimal von der Größe her auch noch. Die geht auch bis 75 Watt, wo ich meiner Meinung nach sagen muss, reicht vollkommen aus. Natürlich ist es wie jeder Dampfer das kennt. Man will immer mehr. Von daher gehen wir jetzt zu den höherwattzahligen Geräten. Das ist halt für zwischendurch, mal eben weggehen. So, dann habe ich hier meine Carbox 200 mit den Smog TFV4. Das ist meine Ausgeh-EC-Gesette. Wenn ich mal ausgehe, ist sie immer dabei. Ist auch schön handlich. Passt auch noch so gerade in eine Hosentasche. Aber, wie man das ja kennt, man will immer mehr. Dann kommen wir zur X-Cube 2. Natürlich brauche ich die große Schwester auch noch. Hier auch wieder die LED-Spielerei. Ich bin da ein Fan von, ich weiß auch nicht. Ja, praktisch hier sind die zwei Akkus. Ich habe die geupdatet bis 180 Watt. Wer ich jetzt ein Junge, würde ich sagen, perfekt für die Hosentasche. Die Mädchen haben sowieso eine Handtasche dabei. Von daher spielt Größe hier keine Rolle. Auch hier habe ich den Smog TFV4 drauf. Mit RBA. Davon habe ich auch noch ein Video gemacht. Beziehungsweise wir. Das kann ich euch auch gerne nochmal in der Beschreibung verlinken. Dürft ihr euch gerne ansehen. So, und jetzt kommen wir mal zu was anderes. Und zwar auf Nachfrage werden wir noch ein Video machen zu der Subbox Mini Starter Z. Nach Anfrage werden wir das mal vorstellen. Und ja, das Video wird bald erscheinen. Falls ihr sonstige Fragen, Anregungen oder sonstiges habt, einfach in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, die beiden Links füge ich in die Beschreibung mit ein.